Ehm, ich heiße Lena und ich singe halb gern. Wir haben sie gesucht. Wir haben sie gefunden, Lena. Ich möchte heulen und es ist so schön. Und jetzt ist es an der Zeit, ihr die Daumen zu drücken. Das erste Mitfiebern hat begonnen. Der Eurovision Song Contest am 29. Mai ab 21 Uhr live aus Oslo. Das erste.